Bam, Freunde! Da sind wir wieder mit den MMA-News am Donnerstagabend. Pavlovich ist der Backup-Fighter für Miučić gegen Jones. Sugar Sean O'Malley erinnert Jon Jones sehr stark an Conor McGregor. Isola Dasanya plant seinen ersten Submission-Sieg im Octagon. Und Charles Oliveira bereut den Trashtop gegen Isla Makachev. Das und noch ein bisschen mehr nach dem besten Intro auf YouTube. I want to fight for your chicken. The king is back. Freunde, schön, dass ihr angeblieben seid. Wir springen sofort rein. Und wir fangen an mit Cyril Gahn. Der wird ja kommenden Samstag gegen Sergej Spivak in den Käfig steigen. Und Cyril Gahn, muss ich sagen, der hat jede Menge Dreck fressen müssen. Wobei, eigentlich so ein bisschen unverdient. Denn es ist ja nicht so, dass er jetzt eine wahnsinnig große Klappe gehabt hätte. Aber Gahn ist von dem absolut aufgehenden Stern, dem neuen Superstar, dem talentiertesten Fighter im Schwergewicht, dem Mann, der zwar im Schwergewicht kämpft, aber sich bewegt wie im Mittelgewicht, runtergefallen zu einem, der absolut kein Grappling hat, zu Mr. Dummy, der auf dem Boden liegt und einfach nur von jedem mit seinem Grappling dominiert wird. Ihr seht schon, ich übertreibe extra ein bisschen, weil häufig ist so eine Berichterstattung einfach auch ein Spiel der Extreme. Und Gahn hat jetzt nochmal darüber gesprochen und gesagt, er glaubt, er hat sich einfach nicht genug Zeit genommen in seiner Karriere. Dass er vieles überstürzt hat. Er sagt, ich hatte meinen ersten MMA-Kampf 2018 und dann ging alles Schlag auf Schlag und ich hatte gar nicht so viel Zeit, mich an einigen Punkten wirklich zu entwickeln. Und jetzt will er sich die Zeit nehmen, will sich die Zeit im Trainingsraum nehmen. Ich habe letztens auch ein Video von ihm gesehen, wo er darüber gesprochen hat. Hey, Grappling, das baue ich jetzt deutlich mehr ein und es macht mir auch extrem viel Spaß. Ich sehe die Fortschritte, die ich mache und ja, er möchte sich einfach als Fighter weiterentwickeln. Er ist 33 Jahre alt, das heißt, im Schwergewicht hat er da definitiv noch ein paar Jahre Vorsicht. Ist ein sehr, sehr guter Striker, bringt alle Anlagen mit. Bei ihm ist für mich ein bisschen das Problem, auch psychologisch. Natürlich haben wir gesehen in den letzten Fights, Grappling-technisch, was heißt in den letzten Fights, als wäre das jetzt irgendwie eine Fünfkampf-Niederlag-Serie, aber gegen Francis Ngannou wurde er auf dem Boden gehalten und von Jon Jones relativ schnell gefinished. Gut, Francis ist natürlich stark wie ein Ochse und Jones ist ein herausragender Grappler. Vielleicht ist das nicht unbedingt der richtige Maßstab, aber dass da durchaus so eine Achillesferse ist oder wenn es eine Schwachstelle gibt, dann definitiv die, das hat sich schon offenbart. Aber vielleicht ist ein Stück weit das Ganze jetzt auch einfach psychologisch. Die Gegner werden natürlich jetzt noch viel, viel mehr in diese Kerbe reinhauen wollen und vielleicht ist es bei Garn auch psychologisch, dass er sich denkt, bloß nicht auf den Boden, bloß nicht wieder in die Situation kommt, wenn er dann da ist, oh fuck, jetzt habe ich quasi verloren und innerlich macht er irgendwie zu. Vielleicht übertreibe ich auch nur, aber ich glaube, das spielt eine sehr, sehr große Rolle. Mit Spivak hat er jetzt einen Gegner bekommen, wo ich nicht weiß, was sich Matchmaker und vor allen Dingen das Team von Garn dabei gedacht haben. Vielleicht dachten die sich, ja komm, was soll's, drei Niederlagen gegen starke Grappler, wobei Francis würde ich jetzt nicht als starken Grappler bezeichnen, aber drei Niederlagen, wo Grappling ein Faktor war, können wir uns auch noch erlauben. Oder, nee, wir wollen es jetzt wissen und dem Typen wirst du jetzt in den Hintern treten. Spivak auf jeden Fall springt Garn so ein bisschen zur Seite, supportet ihn und sagt ihm, die Journalisten, die labern halt sehr, sehr viel Bullshit. Garn sollte sich davon nichts annehmen, sollte sein Ding durchziehen, weil wie viele von den Journalisten können denn überhaupt auf diesem Niveau in der UFC kämpfen? Keiner, deswegen sollten die leise sein und uns Fighter das machen lassen, was wir machen, denn es ist kein leichter Job. Auch zu diesem Punkt habe ich in der Vergangenheit schon was gesagt. Natürlich hat er irgendwo recht, kämpfen ist kein leichter Job. Weder von den Skills noch davon unter diesem Druck abliefern zu können. Aber wenn wir irgendwann damit anfangen, dass nur einer kritisieren darf, der die Sache zwangsläufig besser machen kann, ja dann haben wir ein Problem, weil dann nur noch sehr, sehr wenige Leute überhaupt was dazu sagen können. Ich bin ganz dabei, wenn es darum geht, keiner sollte sich lustig machen über jeden Fight oder auf dessen Kosten, wer weiß, wie viele Witze raushauen. Aber fundierte Kritik und Kritik, die auch weiterhelfen soll, finde ich, die kann erstmal grundsätzlich von jedem kommen. Ob jetzt einer selber einen schwarzen Gürtel hat, ob einer selber ehemalige UFC-Fighter ist oder einfach nur großes Interesse an dem Sport hat, den Sport intensiv verfolgt und einfach sich darüber Know-how angeeignet hat. Nicht jeder gute Fighter mit guten Skills muss ein guter Trainer sein und umgekehrt. Also da würde ich dann schon unterscheiden. Aber ich verstehe auch trotzdem, was Spivak hier sagt, dass Garn da an einigen Punkten doch etwas unfair behandelt wurde und man wirklich so getan hat, als ob der Typ jetzt überhaupt nichts mehr auf dem Kasten hat. Es ist ein Fight, der so ein bisschen, aber ich glaube, im UFC Paris, da ist auch noch nicht so richtig dieser Hype jetzt da für uns zu einer richtig geilen Zeit. Ich meine, Garn kämpft so als Lokal-Matador. Aber es ist noch nicht so, dass ich so wie bei den London-Cards, da war irgendwie noch ein bisschen deutlich mehr Kribbeln da. Ich werde es mir natürlich trotzdem anschauen. Ich bin gespannt, wie Garn sich hier präsentiert, ob er sich Grappling-technisch verbessert hat, ob Spivak den Fight auf den Boden kommt. Spivak ist ein sehr, sehr undankbarer Gegner, den man hier jetzt ziehen kann. Das ist einer, der macht den Fight, wenn es sein muss, ist wirklich scheußlich, unangenehm, geht dahin, wo es wehtut, ist ein starker Bursche, hat gutes Grappling. Ich bin sehr gespannt, ob Garn jetzt schon soweit ist, dem was entgegenzusetzen oder ob es die dritte Niederlage am Stück wird, nachdem er davor ungeschlagen gewesen ist. Von einem Sergej zum anderen. Pavlovic wird oder soll der Backup-Fighter sein für UFC 295. Ist es 95? Ja, es ist 95. Stipe Miocic gegen Jon Jones. So zumindest der Manager Rizwan Magomedov von Pavlovic, der sagt, er wird als Backup-Fighter zur Verfügung stehen. Backup-Fighter für Titelkämpfe, grundsätzlich eine Idee, hinter der ich vollstehe, eine sinnvolle Sache. Es kann natürlich an einigen Punkten knifflig werden. Im Schwergewicht, glaube ich, ist zumindest der Weightcut nicht so ein entscheidender Faktor wie in anderen Gewichtsklassen. In anderen Gewichten, je nachdem, welchen Fighter wir jetzt haben, ob einer natürlich jetzt den Weightcut machen muss und es ist jetzt nicht angenehm, aber er sagt, okay, komm, ich ziehe das durch. Oder ob einige Fighter wirklich einen sehr, sehr harten Weightcut machen und dann hier sagen, boah, ich gehe jetzt quasi durch die Hölle, kämpfe aber zu 95% Wahrscheinlichkeit nicht. Sich dann so zu motivieren, das Gewicht zu machen, schwierig, glaube ich zumindest. Ich denke, das ist dann fragwürdig, ob ein Fighter dann wirklich bis zum Äußersten geht und ob er dann überhaupt zum Äußersten gehen soll, weil das ja jedes Mal auch ein kleines gesundheitliches Risiko ist, das dann einzugehen für, ja, hast du gut gemacht und wir haben einmal deine Bauchmuskeln gesehen, I don't know, würde ich eigentlich nicht befürworten. Aber gut, sei es drum, Weightcuts sind nun mal Teil der MMA-Welt. Nützt jetzt nichts, wenn wir die einfach nur raushaben wollen. Das müssen die Fighter, das müssen die Promoter irgendwo starten. Das ist auch ein anderes Thema, aber im Schwergewicht sehe ich diese Problematik nicht so sehr, weil ich glaube, da gibt es wenige Jungs, die so einen harten Cut machen, dass man das nicht von denen dann auch verlangen kann, für ein bisschen Kohle einzuwägen. Ich denke, dass es dann nicht die Antrittsprämie geben wird, aber dass die UFC zumindest ein bisschen investiert wird. Besser ist es dann natürlich noch, wenn ein Fighter nicht nur zum Einwiegen da ist, sondern wenn der eventuell schon einen Gegner hat. Das heißt, man macht einfach einen Schwergewichtskampf auf dieser Kart, wo man von Anfang an, sowas finde ich immer gut, mit offenen Karten spielt und den Fightern sagt, pass mal auf, Pavlovich kämpft jetzt, ich sage jetzt mal gegen Blades, hat er schon, aber nehmen wir mal an, der Fight ist jetzt auf der Karte und dass man von Anfang an sagt, wenn im Main Event was passiert, wird Pavlovich nach oben gezogen, dann bekommt Blades seine Antrittsgage. Also, dass man sowas schon von Anfang an festlegt und mit offenen Karten spielt, dann finde ich das sehr, sehr gut. Inwieweit das für alle beteiligten Fighter eine klasse Idee ist, gerade für die Kämpfer, die im Titelkampf stehen, das sei jetzt auch mal dahingestellt. Pavlovich ist ja derjenige, der was haben möchte. Der kommt jetzt hier hin, der will Champion werden, der sagt sich, ja komm, mir egal, ich nutze einfach jetzt diese Gelegenheit, ich habe schwere Fäuste, ich gehe rein, egal gegen wen. Der ist jung, hat Zuversicht, der weiße Nganu. Wobei ist vielleicht Francis der weiße Pavlovich, der schwarze Pavlovich, aber ich glaube, Francis ist ein bisschen älter. Francis ist ein bisschen älter, dann ist Pavlovich doch der weiße Nganu. Quatsch natürlich, Pavlovich ist einfach nur Pavlovich. Jones und Miocic, den späten Gegnerwechsel zuzulassen, ist natürlich immer mit einem Risiko verbunden. Und Jones, deswegen hat mich die Nachricht ein bisschen überrascht, ist in der Vergangenheit einer gewesen, der dieses Spiel eigentlich nicht mitgespielt hat. Der nicht dieses Risiko gegangen ist und gesagt hat, ja mir egal, ich nehme relativ spät einen Ersatzgegner in Kauf. Und hier reden wir eventuell von, wenigen Stunden wäre jetzt übertrieben, aber bei wenigen Tagen, wo ein anderer Gegner reinspringen könnte. Und Stipe Miocic und Pavlovich sind schon sehr unterschiedliche Fighter. Also das kann ich jetzt nicht einfach nur vergleichen mit, ja beide sind weiß, beide schlagen hart. Nee, die haben schon einen unterschiedlichen Kampfstil und Jones wird sich wahrscheinlich auch anders darauf vorbereiten. Genauso könnte man bei Miocic natürlich argumentieren, Jones ist ein komplett anderer Fighter als Pavlovich. Also da ist schon die Frage, inwieweit macht das dann für die Fighter Sinn. Gerade für Jones, der den Titel hat, dass er sagen soll, ja den riskiere ich jetzt hier kurzfristig, statt ein komplettes Trainingscamp zu machen. Jones hat damals, ich glaube, das war einer der wenigen Events, der wirklich von der UFC komplett abgesagt werden musste. UFC 151, korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege, da sollte er gegen Dan Henderson kämpfen, John Jones. Dan Henderson hat sich verletzt und ein guter Buddy von Dan Henderson sollte reinspringen, Chael Son. Und da, ich meine, wir haben den Fight gesehen, Jones gegen Chael Son schlussendlich etwas später, wie der ausgegangen ist. Der war relativ eindeutig. Chael Son kam aus dem Mittelgewicht hoch. Jones, der Light Heavyweight Goat. Jones hat den Fight abgelehnt, weil er gesagt hat, nein, Chael Son, komplett anderer Fighter, komplett anderen Kampfstil als Dan Henderson. Das mache ich nicht mit 5 oder 10 oder 11 Tagen. Ich weiß nicht, wie viel Vorbereitung es gab. Mit so wenig Vorbereitung hat er den Fight abgelehnt. Obwohl ich auch heute zuversichtlich wäre, dass Jones diesen Fight damals gewonnen hätte. Also das wundert mich, dass Jones dem hier zustimmt. Ich meine, wir als Fans können uns nicht beschweren. Hier haben wir auch keine hundertprozentige Garantie, aber zumindest eine größere Chance, dass wirklich dann auch um die Krone im Schwergewicht bei UFC 295 gekämpft wird, unabhängig, wer von diesen drei Fightern dann beteiligt ist. Wir bleiben bei Jones. Der hat sich zu oder über Sugar Sean O'Malley geäußert. Und er sagt, O'Malley, ich freue mich sehr für ihn. Also ich freue mich, ihn kämpfen zu sehen. Er sagt, er erinnert mich sehr an Conor McGregor. Conor, den er übrigens auch gelobt hat, hat gesagt, er hat das ganze Fight-Game mindestens 10 Jahre in die Zukunft katapultiert. Also er war ein richtiger Katalysator, der das Ganze nochmal beschleunigt hat. Also sehr lobende Worte für McGregor übrig. Aber er sagt bei O'Malley, ja, der ist auch sehr, sehr authentisch. Der ist sehr echt. Und er hat so diese Geschichte mit hier für 50 Dollar Augenbrauen abrasiert von gar nichts. Ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich vom Trailerpark jetzt in die Villengegend gezogen ist, aber von nichts, von wenig hat er etwas geschafft. Und er sagt, er glaubt es, also Jones glaubt, dass die Leute so was sehr zu würdigen wissen, sehr feiern, gerade halt in den USA, diese vom Tellerwäscher zur Millionärgeschichte. Er sagt, er mag ihn, er freut sich, ihn weiterzusehen, wird Pay-Per-Views von ihm kaufen, um zu schauen, wie weit kann er es schaffen, hält ihn für ein außergewöhnliches Talent. Er ist noch jung, er ist das Total Package, er hat noch Zeit, er kann noch sehr viele große Dinge erreichen in den nächsten Jahren. Also O'Malley, der neue McGregor, hat er jetzt quasi nicht gesagt, aber dass er ihn zumindest an Conor erinnern würde. Ich habe auch mal ein Video drüber, das ist jetzt gar nicht so lange her, wer könnte denn der neue Superstar werden, der neue Nachfolger vielleicht von Conor McGregor. Da habe ich so ein bisschen mehr so einen Topuria mit reingeworfen, der für mich von diesem Auftreten, ja natürlich Zuversicht, Arroganz, das ist für viele eine sehr schmale Linie. Auch durchaus diese Knockout-Power, auch wenn er durchaus in den meisten Fights ein bisschen mehr auf sein Grappling setzt, so ein bisschen der Look mit dem Anzug, so dieses vielleicht auch leicht Arrogante, leicht Überhebliche, aber seinen Worten immer hat Taten folgen lassen, passt für mich da ehrlich gesagt noch ein bisschen besser, auch wenn der Trash-Talk vielleicht nicht manchmal auch so schlagfertig ist wie bei Conor, das fehlt mir auch ein bisschen bei O'Malley. Dass ich persönlich da die Parallele noch mehr ziehen würde. Und was da jetzt noch mit dazukommt und was vielleicht noch viel ausschlaggebender ist, um zu sagen, ob jemand wirklich der nächste Conor wird oder sehr stark an Conor McGregor erinnert, sind natürlich, ist das Zuschauerinteresse, sind die Zahlen, die man schlussendlich reinbringt. Auf Social Media, glaube ich, hat er ganz gute Zahlen. Mit seinem YouTube-Account hat er ganz gute Zahlen. Die Frage ist natürlich, was bedeutet das für die UFC? Wie viele Leute zieht er wirklich, die für ihn einen Pay-Per-View kaufen? Und die Quelle, die ich jetzt hier anbringe, muss ich dazu sagen, die ist ein bisschen schwierig, weil Henry Sokudo hat in seinem Video darüber gesprochen, dass er eine super Quelle hat. Es soll wohl irgendein ESPN-Insider-Angestellter sein, der rausgehauen hat, pass mal auf, 300.000 bis 350.000 haben diesen Pay-Per-View bestellt. Sind da natürlich immer Zahlen für Nordamerika. Weltweit muss man das dann vielleicht noch ein bisschen nach oben korrigieren. Wobei da auch interessant sein könnte, Wei Li war ja auch auf der Card, wie viele von diesen Zahlen, also nicht von den 350.000, sondern was noch on top kommt, kommen dann vielleicht aus China? Also, wie viel hat Wei Li dann schlussendlich noch gezogen? Dana hat ja gesagt, O'Malley wird wahnsinnig viel Geld verdienen. Aber wenn wir das jetzt mal nehmen als, okay, Henry erzählt jetzt keine Geschichte, nur damit er ein paar YouTube-Klicks bekommt. 300.000 bis 350.000 ist natürlich nicht prall. Ist natürlich nicht viel. Dana hat sich komplett anders geäußert und gesagt, der Kerl hat Rekorde gebrochen, nicht nur von dem Live-Gate, sondern auch, was wir weltweit eingenommen haben. Aber Dana hat schon betont, weltweit, nicht unbedingt Nordamerika. Weil 300.000 bis 350.000, das ist nicht so viel. Ich meine, das ist auch kein totaler Flop. Totaler Flop ist da, glaube ich, wenn du unter 100.000 bist, aber 300.000, 350.000. Ich glaube, der Millionen nähern sich nicht so viel, aber so 800.000, 900.000, wenn du die reinholst, dann bist du für die UFC, glaube ich, schon ein ganz guter Goldesel, dass die auch mehr in dich investieren. Und McGregor, wie viele aus der Top 10 gehören ihm? Neun? Ich glaube, einmal ist nur, vielleicht Lesnar oder Rousey sind vielleicht dabei. Ansonsten alles McGregor. Das sind halt nochmal andere Dimensionen, das sind andere Zahlen. Und für mich hat es O'Malley noch nicht geschafft, denselben Hype aufzumachen. Ich meine, er ist jetzt Champion geworden, hat Sterling ausgenockt, fast mit einem One-Punch, mit einem One-Shot. Will ich auch nicht schlecht reden. Aber der Weg dahin lief für mich komplett anders, als McGregor den Weg hatte, auf dem Weg zum Federgewichtsgürtel. Der Trash-Talk, dieses Gefühl, als er reingelaufen ist und wie sehr die Fans ihn sehen wollten, ob einige ihn gehasst haben und scheitern sehen wollten oder ob einige voll hinter ihm standen. Das war bei McGregor für mich noch eine andere Dimension als bei O'Malley. Vielleicht sehe nur ich das so, vielleicht sagt ihr, ne, O'Malley ist sogar besser oder er macht sogar mehr Spaß. Meine Meinung ist ja nicht exklusiv die richtige. Aber ich sehe da nicht so viele Parallelen oder so viel gleich, wie das jetzt Jones hier sieht. natürlich beides sehr extravagante Personen. McGregor mit seinen Anzügen, mit seiner sehr, sehr arroganten Art. O'Malley ja ein bisschen mehr mit dem bunten Afro und ne, dieses ich bin entspannt und mache auch mal ein paar witzige Videos und rauche mir dabei ein. Aber so viele Parallelen sehe ich persönlich da, ehrlich gesagt nicht. Und bevor wir weitergehen zum nächsten Thema, noch interessante Randnotiz. Scheinbar hat sich Vitor Belfort gemeldet. Das ist auch einfach, so eine Random-Nachricht, die ich einfach mal so mit reinnehme. O'Malley meinte halt, der hat ja eine Nummer rausgehauen oder was gesagt. Hey, ich bin derjenige, der hier die Rechnungen bezahlt. Also was soll's, wenn ich neben meiner Frau, die ich zu Hause habe, noch nebenbei so ein bisschen was anderes am Laufen habe. Es geht um Status, ich kann mir das erlauben. Und das hat Wellen geschlagen. Ich meine, O'Malley hat hier auch vielleicht ein bisschen mit Strategie gesagt, hey, das ist viral gegangen. Da haben viele darüber berichtet. Also im Endeffekt hat er sein Ziel dann damit erreicht. Das hat ihm Aufmerksamkeit gebracht. Ja, und Vitor Belfort hat ihm wohl direkt geschrieben und gesagt, ich werde dir dafür einen Arsch treten. Ich meine, sehr löblich, dass Vitor Belfort hier eine etwas, was heißt sehr löblich, aber dass er zumindest für seine etwas konservative Einstellung dann auch gerade steht und sagt, das kann doch nicht sein. Auf der anderen Seite sage ich mir, ey, wenn seine Perle damit einverstanden ist und O'Malley dann auch so feiert, ja, dann lass dir das doch durchziehen. Ist das jetzt ein Weltbild, wo ich auch sage, boah, super klasse, wenn jetzt jeder einfach nur sagt, nee, wir haben hier nur freie Liebe und jeder ballert mit wem er möchte. Nein, ist jetzt auch kein Lebensstil, den ich für mich selber befürworten würde, aber soll O'Malley doch machen, wie er will. Ich muss auch noch aufpassen, dass nicht Vitor Belfort irgendwie um die Ecke lauert, wenn er da gerade mit einer anderen unterwegs ist, sonst, wenn TRT Belfort wieder da ist, da gibt es erstmal ein Headkick für O'Malley. Okay, mal ganz ehrlich rausgehauen, der Kontrast, in dem ich mich häufig befinde oder dieser Zwiespalt bezüglich Israel und Asanya. Und vielleicht stehe ich da sogar nicht komplett alleine da, aber habe ich so eine Meinung, die vielleicht etwas gegen die allgemeine Meinung tendiert. Ich sehe ihn unglaublich gerne kämpfen. Ich sehe ihn wirklich sehr, sehr gerne kämpfen und da werden jetzt einige sagen, Paco, hast du die Romero, die Canonier-Fights, teilweise Vitori, hast du die Kämpfe schon vergessen? Ja, ich weiß. War vielleicht jetzt nicht diese wow, absolut spektakulär, aber Izzy ist ein Meister in dem, was er macht im Striking. Das macht er hervorragend und ich bin bei solchen Sachen einfach ein bisschen fasziniert, wenn ich sehe, wie dominant jemand sein kann oder wie wenig Schaden jemand auch nehmen kann, wie sehr man einen bestimmen kann auf einem Aspekt, auf einem Feld des MMA, was dort passiert. Die Fights gegen Alex Burr, das waren nochmal so ein bisschen komplett andere Fights, die waren durchaus spektakulär, aber ich sehe ihn einfach gerne kämpfen. Wo ich jetzt nicht so viel Bock drauf habe oder nicht so ein riesen Fan bin, ist so der Trash-Talk, den er manchmal bringt oder die Pressekonferenzen, weil das für mich manchmal, also ist einfach nicht meine Tasse Tee, ist einfach nicht mein, mit diesen Anime-Referenzen, da verstehe ich die meisten nicht, weil ich die ganzen Sachen halt nicht sehe. Also ich sage es immer wieder, Dragon Ball, Golden Boy, das sind so die Sachen, die ich jetzt geguckt habe, da stecke ich halt nicht drin. Und diese Frozen-Like-Elsa und andere Sachen, ja, ich habe eine Tochter, Elsa, den Film kenne ich natürlich, aber stehe ich einfach nicht drauf. Ist einfach nicht meins, dass ich jetzt sage, boah, lache ich mich kaputt oder andere Sachen. Ich sehe ihn einfach viel lieber kämpfen. Aber da ist so eine Meldung, über die ich jetzt spreche und einige sagen, Paco, lass doch mal aus der Lippe fallen. Worum geht es eigentlich? Izzy hat angekündigt, es wird bald meine erste Submission geben. Im Octagon, es wird kommen, mein erster Submission-Sieg. Er sagt, ich bin Purple Belt, ich fühle mich aber immer noch wie ein Weißgut, ich lerne täglich dazu, ich werde aber immer besser. Ich werde ihnen, im wahrsten Sinne des Wortes, den Atem rauben und ich werde irgendjemanden showen. Ich finde das klasse, weil wie kann man, wenn man in einem Aspekt so gut und so dominant ist und eigentlich, wenn wir uns die Karriere von Izzy rein, was die UFC betrifft oder MMA betrifft, anschauen, hat er sehr selten Probleme, oder einen gleichwertigen Gegner auf Augenhöhe bekommen, wenn es ums Striking ging. Gastelum hat ihn ordentlich durch den Käfig gejagt, das war ein richtig geiler Fight, also da hat Gastelum einfach mit seiner Geschwindigkeit Izzy vor große Probleme gestellt, die er schlussendlich gelöst hat. Alex Pereira mit seiner Power und seiner Reichweite, das waren große Probleme für Issa oder Sanja, aber davon ab, sehr selten, dass es jemand geschafft hat, Izzy da gefährlich zu werden. Mit Abstrichen vielleicht Anderson Silva, wobei, ich glaube, Izzy ist da wirklich nicht all in gegangen, um ihn wirklich zu finishen, vielleicht aus Respekt, vielleicht konnte er einfach nicht und Anderson war natürlich über 40, nicht mehr annähernd so gefährlich, wie er vielleicht mit 36, 37 gewesen wäre. Aber ansonsten, Izzy das immer hervorragend gemacht. Und wie kann man dann noch sich als Fighter aufleveln, wenn man irgendwann so einen Status erreicht hat, nehmt andere Fighter, die sehr, sehr gute Grappler, sehr, sehr gute Ringer sind, wenn man halt noch in einem anderen Aspekt sehr gut wird. Und wenn Izzy, das addiert für mich auch wahnsinnig viel Wert bei einem Fighter dazu. Wenn er jetzt nicht nur durch sein Striking glänzt, sondern irgendwann, alter Schwede, dann packt er Submissions aus, wo du dir denkst, wo hat er die plötzlich hergeholt. Das ist nicht einfach, in einem zweiten Aspekt genauso gut zu werden, wie in dem, wo du Weltklasse bist, wo du zur Elite gehörst. Das schaffen nicht viele. Es gibt Fighter, die das durchaus schaffen, sehr, sehr gut zu werden. In zwei zu meistern, da würden mir nicht unbedingt viele einfallen, geschweige denn drei Aspekte. Also geschweige denn sowohl die Takedowns als auch auf dem Boden als auch das Striking, das, also nennt mir einen, der das geschafft hat, der wirklich in allen die Güte Klasse A bekommen hat. Also so viel Zeit hast du einfach nicht. Aber dass Izzy diese Ambition hat, da auch besser zu werden und da zu glänzen, ich meine, das macht ihn als Fighter noch gefährlicher, aber mir gefällt einfach dieses Mindset. Dieses Mixed Martial Artist Mindset, der, ich will mich verbessern in anderen Aspekten, feiere ich total. Ich bin gespannt, ob er das schaffen wird. Als Striker hast du natürlich grundsätzlich den Vorteil, wenn du einen wirklich angeklingelt hast und irgendwie zu Boden gehst, dann ist das Mission zu holen wahrscheinlich nicht so schwierig, wie wenn du jetzt als Grappler gegen einen anderen guten Grappler kämpfst, den auf den Boden bringst und dann rein mit Grappling versuchen musst, seine Defensive zu überwinden und dann irgendwie einen Choke anzusetzen. Da hast du vielleicht als Striker den Vorteil, wenn der angeklingelt ist, ja, dann ist die Guillotine, dann ist der Rear Naked Choke vielleicht eher da. Ich freue mich drauf, ich finde das klasse, wenn ein Fighter sich weiterentwickeln will. Charles Oliveira hat keinen Bock auf Trash Talk. Eigentlich für viele vorher schon klar gewesen, weil dann Charles schon mal großartig Trash Talk gemacht. Oliveira sagt, gegen Islam, also beim ersten Fight, habe ich mich untypisch verhalten. Da habe ich mich untypisch verhalten, da habe ich mich hinreißen lassen zu Trash Talk. Da habe ich ein paar Sprüche gebracht, da wollte ich ihn provozieren, da wollte ich ihn aus der Reserve locken. Er sagt, das war ein Fehler von mir, wenn man sich den Fight anguckt, sagt er nochmal, da habe ich nicht 10% von dem abgeliefert, was ich eigentlich kann. Vergleiche das mit anderen Fights von mir. Weiß ich nicht, ob das 100% stimmt, denn wenn ich es mit allen Fights vergleichen würde, da gab es mit Sicherheit auch Fights, wo er schlechter ausgesehen hat, gerade von den anderen Fights, die er verloren hat. Aber ich glaube, er will wirklich hier darauf hinaus, da habe ich mich untypisch verhalten und das hat sich auch auf meine Leistung ausgewirkt. Den Fehler möchte er nicht nochmal machen. Er sagt, man kann jeden Fehler machen, aber nicht zweimal. Wenn du es zweimal machst, dann bewegst du dich auf so einem Abwärtsstrudel nach unten. Er sagt, das wird er dieses Mal nicht machen, will anders auftreten und er hat den Traum, er will nochmal Champion werden, um den anderen Jungs zu zeigen und Mädels, die da aus den Faveas kommen und die nichts haben, dass man seine Träume erfüllen kann, auch zweimal. Also Charles Odevera will keinen Trash Talk machen in Richtung Islamakachev. Das war, glaube ich, von beiden Trash Talk auf sehr, sehr seichtem Niveau, wenn man sich anschaut, was andere Jungs in der UFC raushauen. kam mich gut mit klar. Ich hatte nicht das Gefühl, dass einer jetzt übermäßig respektlos agiert hat. Ja, beide haben natürlich ein bisschen versucht, den anderen so aus der Reserve zu locken. Es gab auch von Khabib diese Nummer mit, Islam wird ihn reiten wie ein Pferd und Charles hat auch über das Grappling gesprochen und er wird ihn dominieren und Löwe und keine Ahnung, Tiervergleiche. Harmlos. Also wenn man sich anschaut, was für andere Sachen schon gefallen sind auf Pressekonferenzen, dann ist das, glaube ich, ein Spaziergang am Park gewesen für alle Beteiligten. Aber ich glaube, was Charles hier unterschätzt hat, ist einmal, welchen Effekt das auf Islam hatte, nämlich keinen, offensichtlich keinen und welchen Effekt das vielleicht auf ihn selbst hatte beziehungsweise wie sehr es ihn selbst unter Druck gesetzt hat. Dass er das Gefühl hatte, boah, jetzt habe ich natürlich ein bisschen eine dicke Lippe riskiert, jetzt muss ich abliefern. Ich glaube, viele Fighter ist jetzt einfach nur, Baku spricht wieder aus dem Bauch, macht Blabla, gibt seinen Senf ab. Ich glaube, viele Fighter würden vielleicht sogar gerne mehr Trash Talk machen, fürchten sich aber ein bisschen vor dem, was dann zurückkommen wird, wenn du dann die Schubkarre direkt fressen musst. Wenn du eine dicke Lippe riskierst, stehst du natürlich noch mehr unter Druck. Wenn du dich demütig gibst, fair daherkommst und einfach sagst, ich respektiere meinen Gegner und, vielleicht als Klarstellung, ich glaube nicht, dass jetzt alle Fighter das so machen wollen. Ich glaube nur, es gibt mehr Fighter oder es gibt einige Fighter, die es einfach aus dem Grund nicht machen. Es gibt vielleicht nicht insgesamt mehr Fighter, die gerne Trash Talk machen, aber zumindest mehr als es jetzt sowieso schon machen. Einige, die fürchten sich vor dieser Situation, weil bist du fair und bist du ein super Sportsmann, dann ja gut, egal, du hast verloren, komm Kopf hoch, Shake Hands. Hast du aber riesengroß ausgeholt und dich über das Grappling lustig gemacht, über das Striking, über die Niederlagen und andere Sachen, ja, dann sagen alle so, Junge, jetzt setz dich mal hin, wir haben hier einen schönen Tisch, hier ist der Schweineheimer, den haben wir Rand voll gemacht, den frisst du jetzt erstmal. Dann musst du natürlich den Trash Talk dann auch aus der anderen Seite ein bisschen abbekommen und ich glaube, das wollen einige nicht oder einige können diesem Druck dann nicht standhalten, abzuliefern, dann im Scheinwerferlicht. Also das glaube ich, dass es deutlich mehr Fighter gibt, die es aktuell nicht machen, einfach nur aus dem Grund, ich habe keinen Bock darauf, am Ende selber die Zielscheibe zu sein. Würde ich jetzt auch nicht zwangsläufig auf Charles beziehen, ich glaube Charles hat sich da einfach wirklich verkalkuliert, der hat gedacht, vielleicht bringt er ein bisschen Islam ins Straucheln, setzt ihn unter Druck und im Endeffekt hat es nur ihn selbst unter Druck gesetzt. Habe ich auch nichts gegen, wenn jetzt beide sagen, ja dann lass uns drauf verzichten, aber vielleicht sieht Islam ja jetzt hier und deswegen hat es im Endeffekt auch Khabib gemacht, der hat es ja im Anschluss auch gesagt, natürlich haben wir ein bisschen versucht Charles damit auch aufzuwühlen, ein bisschen durcheinander zu bringen mit den vereinzelten Sprüchen. Und wenn die jetzt sehen, dass Charles hier nochmal sagt, boah Trashdog, hab ich gesehen, überhaupt nicht meins, den Fehler mach ich nicht nochmal, oh, der scheint da scheinbar nicht so gut drauf klar zu kommen, wenn, weil wer hat, großartig, schaut euch mal alle Fights an von Charles und die Pressekonferenzen, wer hat Trashdog gemacht in Richtung Charles Oliveira? Kaum jemand. also vielleicht ist es auch ein Trugschluss von Charles, dass er hier glaubt, er hat Trashdog mitgemacht und deswegen war das Resultat so, vielleicht war es vielmehr so, weil er Trashdog von der anderen Seite bekommen hat, dem auch viele zum Opfer gefallen sind gegen Conor McGregor, weil es nichts damit zu tun hatte, man hat selber auch was gesagt, sondern Conor hat einfach gefeuert und man wurde vielleicht unterschwellig nervös, man wurde wütend, man hat einfach etwas anders gekämpft. Ich unterstelle jetzt auch nicht Team Islam, dass die jetzt das brauchen oder da wahnsinnig drauf gehen, wenn die jetzt sehen, boah, da können wir Trashdog machen und dass die jetzt, dass das eine neue Dimension erreichen wird, aber ich glaube, so ein bisschen sticheln, so ein bisschen triezen, das wird es schon geben, das wird es auf der Pressekonferenz geben, da wird Islam sagen, wir haben den letzten Fight doch gesehen, warum soll das anders aussehen? Ich habe ihn relativ schnell gefinished, den Submission Artist aus unserer Division und dann wird es interessant sein, wie reagiert Charles darauf? Wird er da cool bleiben? Wird er sagen, wir werden es sehen, wird er da nicht irgendwie seine Ruhe verlieren oder lässt er sich dann auch hinreißen und teilt vielleicht auch wieder etwas aus? Wir haben es irgendwie alle schon so ein bisschen befürchtet oder wir haben gehofft, dass es nicht eingetreten ist, aber scheinbar gab es noch wieder eine etwas schlimmere Verletzung. Ich sagte das vorher schon mal, es klingt brutaler, als es dann schlussendlich ist, laut Chris Whiteman zumindest. Der muss jetzt eine kurze Pause machen, aber nicht so lange, wie befürchtet. Dana hat ja rausgehauen, wahrscheinlich sind die Bänder irgendwo beschädigt und Kreuzbandriss oder irgendwelche anderen Sachen, Innenband und der ist wahrscheinlich wieder ein Jahr raus. Whiteman hat jetzt bestätigt, ja, ich bin jetzt erstmal auf der Seitenlinie, im Aus, auf der Bank, aber es war nur ein Bruch. Einige sagen, nur ein Bruch, also in welcher Welt ist das denn besser? Aber er sagt, ja, kurz unterm Knie, Übergang irgendwie, Schienbein, da ist wohl was und ein Bruch ist ja nicht gleich ein Bruch, das muss ja nicht jedes Mal wie beim Schienbein komplett durch, sondern wenn es leicht angebrochen, angeknackst ist, wirst du es ja medizinisch wahrscheinlich auch schon als Bruch bezeichnen. Er sagt, vier Wochen. Vier Wochen Pause, danach kann er weitermachen. Keine Bänder sind irgendwie beeinträchtigt, das war halt bei irgendeinem Kick von Tavares gegen sein Bein, gegen sein gesundes Bein. Also es war nicht das Bein, das gebrochen ist, das hat er ja ein bisschen in Sicherheit gebracht, aber das vordere, das Standbein, das wurde halt sehr in Mitleidenschaft gezogen. Er bleibt dabei, er will weiter kämpfen. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich glaube nicht, dass er da so schlecht aussah, dass das nicht möglich ist, aber Brat Tavares hat es gezeigt, du kriegst nichts geschenkt. Da wird jetzt keiner kommen und sagen, okay, komm, sorry, ich mache jetzt, ich packe keine Low-Kicks aus. Je nachdem, wen er beim nächsten Fight zieht, ist dann auch wieder die Frage, wird er auf Low-Kicks verzichten oder wird er jetzt sehen, hey, bei dem einen das Schienbein, bei dem anderen vielleicht etwas höher auch das Schienbein, so ums Knie herum, werden seine Beine jetzt einfach beliebte Ziele oder bekommt er wirklich einen, der sagt, okay, weißt du was, hier komm, Samurai-Kodex, so a la Pukaska, gut, scheiß drauf, deine Beine werden nicht attackiert, wir klären es auf andere Art und Weise. Kriegst normalerweise nichts geschenkt, aber ja, so einen Kämpfertypen müsste er jetzt irgendwo finden im Mittelgewicht. Was wurde eigentlich aus? Raul Rosas Junior mit 17 bei der Contender Series, da musste er noch so eine Unterschrift von seinen Eltern einholen, dass er überhaupt kämpfen kann, dann sein Debüt gegeben in der UFC, alle haben gedacht, ey, wer ist das? 7 zu 0, der will Champion werden, der wird nach oben kommen mit seinem Grappling-Stil. Ja, dann gab es gegen Gutierrez den ersten Stolperstein, jetzt steht er 7 zu 1. Wird wieder kämpfen, am 16. September, am mexikanischen Nationalfeiertag, und hat weiterhin große Pläne. Er sagt, das Einzige, was sich verändert hat mit der Niederlage, ist halt mein Kampfrekord. Ansonsten bleibt das Ziel dasselbe. Ja, sein Plan sei es gewesen, ich will ungeschlagen in Ruhestand gehen, aber gut, das klappt jetzt nicht mehr, mein Ziel bleibt trotzdem Gold. Rosas Junior hat ja einige so ein bisschen auch dann irgendwann auf dem falschen Fuß erwischt, ich muss ehrlich sein, mich auch, und damit, das lag jetzt nicht zwangsläufig daran, dass er halt sehr selbstbewusst war und auch hohe Ziele hatte, sondern, ja, diese Nummern mit, da wurde dann Training gefilmt mit Sterling unter anderem oder egal mit wem, mit anderen etablierten Fightern, kannst du ja machen, dann sprichst du aber ab, das dann irgendwie noch so zu veröffentlichen oder dann zu zeigen, guck mal, wie gut ich ausgesehen habe, das ist nicht der feine Stil. Damit verkackst du, glaube ich, relativ schnell, auch bei vielen Gyms, wenn du solche, wenn du so eine Nummer bringst, wird es schwierig, hochlevelige Trainingspartner zu finden, die sagen, boah, da habe ich Bock drauf, weil da musst du immer damit rechnen, wenn ich in einer Szene schlecht aussah oder wir trainieren zwei Stunden, ich habe 70 gute Szenen, du fünf, ja dann schneidest du das so zusammen, dass nur deine fünf guten Szenen zu sehen sind, da habe ich keinen Bock drauf, deswegen lassen wir das. Aber S18, es hätte mich sehr gewundert, wenn der durch die UFC durchcruisen wird, easy peasy und dort den Titel gewinnen wird und ohne Niederlage irgendwann mit 35 dann in den Ruhestand geht. Es hat ja seinen Grund, dass nicht viele Fighter so jung mit einem ungeschlagenen Rekord schon in der UFC sind. Die meisten sammeln da die ersten vielleicht 15 Fights Erfahrungen in kleineren Ligen. Kämpfen halt einfach gegen Fighter, die es vielleicht auch nie irgendwann in die UFC schaffen. Fehler auf diesem Niveau zu machen, weil jeder, der in die UFC kommt, jeder, da kommt wieder das CM Punk Beispiel, also fast jeder, der war ja irgendwo in der regionalen Szene ein Star, der hat da aufgeräumt, der war einer der besten Fighter aus seiner Stadt oder aus seinem Bundesland oder whatever. Rosas Junior fängt jetzt quasi diesen Prozess dann an in der UFC und ja, da werden Fehler einfach viel schneller bezahlt. Da kämpft er nur gegen die Besten, hat er keinen, wo er sagt, ja komm, eigentlich eine Flasche, den nehme ich auseinander. Von daher ist das ein schwieriges Level, um dort diesen Lärmprozess in Gang zu bringen und weiterhin ungeschlagen zu bleiben. Deswegen hätte mich das massiv gewundert. Auch diesen Fight, den er verloren hat, wo er einfach extrem ineffizient mit seiner Ausdauer gewesen ist, zu früh, zu sehr all in gegangen ist. Ja, das sind Sachen, mit 18 lernst du die dann entweder im Gym oder bei irgendeinem Fight in der regionalen Szene. Dann ist der Fighter vielleicht aber nicht so gut, dass du trotzdem noch mit deiner Klasse einen Finish rausholen kannst. Ja, dann ist das aber in der UFC nicht so. Ich bin sehr gespannt, welche Anpassungen er vorgenommen hat, wie er wachsen wird als Fighter. Ich freue mich drauf, nach wie vor halte ich oder kann ich mir vorstellen, dass er eine große Zukunft vor sich hat. Das richtige Gym, ja, vielleicht zur richtigen Zeit die richtige Portion Demut. Da kam dieser Dämpfer jetzt vielleicht genau richtig, aber von den Anlagen her als Grappler der Bursche kann weiterhin Großes erreichen. Paulo Costa hat einen Plan für UFC 294 in Abu Dhabi. Also erstmal hat er gegen Gilbert Burns ausgeteilt. Und wie gesagt, Gilbert Burns hat doch keine Ahnung. Der weiß nicht, wie das Geschäft läuft. Deswegen verdient er auch so wenig. Ich kenne meinen Wert und da kann er sich eigentlich eine große Scheibe von abschneiden. Paulo Costa ist einer, der macht sich nicht unbedingt überall Freunde. Also wer mit Gilbert Burns und Charles Oliveira aneckt, aneinander gerät, eigentlich zwei absolut faire Leute und so ein bisschen aller Everybody's Darling. Ja, der macht einfach gerne Ärger. Paulo Costa. Aber gut, sei es drum. Paulo finde ich ja auch irgendwo sympathisch. Also ich mag auch seine seine Trolljobs, die er immer auf Twitter loslässt. Und er hat jetzt angekündigt, der wird fast zwei Monate vor dem Event schon in Abu Dhabi sein, um sich zu akklimatisieren. Jetzt hat Abu Dhabi da nicht wahnsinnige Höhenmeter, also wo man irgendwie sagen muss, wie in anderen Städten, dass man sagt, boah, da musst du dich erstmal anpassen. Vielleicht denkt er da an seinen letzten Fight gegen Luke Rockhold. Von den Temperaturen ist natürlich immer die Frage, wo hast du vorher gelebt? Ob er jetzt in Brasilien gelebt hat, in den USA? Waren das welche mit vergleichbaren Temperaturen, mit vergleichbarer Luftfeuchtigkeit? Das können natürlich Faktoren sein. Ich glaube aber, dass das nicht so ein Riesenunterschied ist. Also ich, und nochmal Vorsicht, ich bin ja hier einer, der aus seinem Keller irgendwelche YouTube-Videos aufnimmt. Ist ja nicht so, dass ich jetzt schon Jet Set um die Welt gereist bin und wer weiß, bei wie vielen Trainingscamps in unterschiedlichen Ländern dabei gewesen wäre. Aber ich kann mir vorstellen, wenn wirklich die Höhenmeter mit dabei sind, ich muss selber lachen, wenn ich dieses Hashtag Höhenmeter sage, dass das einen großen Unterschied macht, aber andere Faktoren nicht so sehr. Dass es dann vielleicht auch reichen würde, wenn du eine Woche, zwei Wochen vorher da bist. Er will jetzt 60 Tage vorher da sein. Und ich, wie ich so bin, habe da natürlich meine Idee im Kopf. Und da ist mir auch nochmal eingefallen, diese Nummer mit dem Wein vor dem Fight gegen Isola de Sanya. Und korrigiert mich, wenn ich falsch liege, war die Nummer nicht auch in Abu Dhabi. Dass Costa vielleicht einfach jemand ist, der so eine Wohlfühlatmosphäre irgendwo braucht und der vielleicht an einigen Punkten mit so einer Nervosität auch schlecht umgehen kann. Vielleicht auch mit Druck schlecht umgehen kann. Und Izzy, das war ein sehr großer Fight, da ging es um Titel. Shimaev ist jetzt aber auch ein großer Fight. Es gab jede Menge Trash-Talk vorher. Shimaev ist ein schwieriger Gegner. Es geht wieder nach Abu Dhabi. Ob er da einfach komplett dort ankommen will und dann in vertrauter Umgebung, sage ich mal, kämpfen möchte. Ich bin zum Beispiel auch so, ich will mich jetzt hier nicht mit Paolo Costa, dem Fighter vergleichen, aber verreisen ist für mich Stress. Wenn ich irgendwo anders hinfahre, das ist erstmal Koffer packen, dorthin fahren, ankommen, also die Reise an sich, Stress. Ankommen, auspacken, erstmal orientieren, Stress. Dann die letzten Tage vielleicht wieder zusammenpacken, alles organisieren, Stress. Diesem Stress würde ich auch gerne entgehen. Ich bin wahnsinnig gerne zu Hause, deswegen versuche ich, mein Heim mir auch möglichst schön zu machen, einzurichten, dass ich kein Problem damit hätte, hier einfach immer zu sein. Aber natürlich willst du auch ein bisschen von der Welt sehen. Das ist jetzt schwer zu vergleichen natürlich mit dem Fighter. Er muss ja irgendwo anders, er kann jetzt nicht immer zu Hause kämpfen, aber dass er vielleicht diesen Reisestress auch umgehen möchte, indem er dann sagt, boah, ich komme an, dann bin ich schon da, dann ist das für mich schon so. Ich bin lange hier, ich bin 50 Tage hier, dann fühle ich mich vielleicht sogar schon ein bisschen heimisch, dann kann ich vielleicht besser performen, besser abliefern. Vielleicht macht der Paco sich einfach zu viele Gedanken und Paolo Costa hat einfach Bock auf Abu Dhabi und will da einfach ein bisschen chillen. Aber ich vermute schon, dass es etwas damit zu tun hat, weil 50 Tage sind für mich schon sehr lange Anpassungszeitfenster für Abu Dhabi, oder? Damit kommen wir zum Blitzlicht und diesmal versuche ich es wirklich als Blitzlicht zu halten, relativ kurz. Cody Garbrandt hat Stress gehabt in Russland und ist da, und Video muss ich euch gar nicht zeigen, mehr ist nicht passiert. Beide sind aufgestanden und dann wurden die relativ schnell getrennt. Aber ich weiß nicht, ob Cody im Bantam-Gewicht kämpft, ob das clever ist, sich mit Biber Tumenhoff anzulegen, der im Federgewicht unterwegs ist und den Spitznamen der Headhunter trägt. Ich glaube, zwölf Siege, acht davon per Knockout. Also der Bursche, wo der hinschlägt, da wächst nicht mehr viel Gras. Kontext, Lance Palmer kämpft gegen Tumenhoff bei ACA 162 und Cody Garbrandt ist mit in der Ecke von Lance Palmer. Ein Wort gibt das andere, Cody ist ja auch dafür bekannt, No Love, dass er relativ schnell nach oben geht. Ich denke, hier hat er aber Glück, dass noch einige Leute zwischen ihm und dem Headhunter standen. Interessante Herausforderung für UFC 295 von RDA in Richtung Dustin Poirier. Einzige Frage, die ich mir stellen würde, also RDA sehr respektvoll, sagt ja, lasst es uns machen, großen Respekt an Dustin Poirier, da ist ein Fight, der würde mich nervös machen. Gilt das auch für Dustin? Ist RDA der Fight, wo er sagt, boah, da kribbelt es mich. Da bin ich jetzt schon nervös, wenn ich nur drüber nachdenke. Frage ist, in welcher Gewichtsklasse? RDA hat gesagt, Leichtgewicht, nee, nee, mach ich nicht mehr. Weltergewicht? Kann ich es mir ehrlich gesagt besser vorstellen, dass Dustin einfach aktiv bleiben möchte im Weltergewicht? Kann er reinschnuppern? Wäre sein erster Fight in dieser Gewichtsklasse. RDA ist jetzt auch nicht ein riesen Weltergewichtskämpfer, für mich auch näher am Karriereende als an seiner Prime dran. Misspassend. Im Leichtgewicht ein Fight, der jetzt nicht so viel Sinn macht für Dustin, weil er da ziemlich weit nach unten greifen würde, auch wenn, glaube ich, RDA sogar noch in den Rankings ist. Da, glaube ich, macht das nicht viel Sinn für ihn. Im Weltergewicht, einfach nur mal um es auszutesten und RDA hat immer noch einen großen Namen. Ganz ehrlich, wenn es nur darum geht, aktiv zu bleiben und Geld zu verdienen, warum nicht? Darren Till bekennt sich schuldig, nicht darin, so gut wie kein Grappling zu besitzen. Das war jetzt ein böser Witz. Natürlich hat Darren Till Grappling, ist dann immer die Frage, mit wem vergleicht man ihn, sondern mit Fahren ohne gültige Papiere. Also ohne Versicherungspapiere, ich glaube auch ohne Führerschein, der wurde ihm da temporär entzogen. Durch die Straßen von Liverpool ist er da durchgefahren, hat er sich jetzt schuldig bekannt und ja, nach der Strafe kann er dann hoffentlich sich wieder voll auf seine MMA-Fragezeichen oder einfach nur Kampfsportkarriere konzentrieren. Khabib Nurmagomedov kein Freund von Powerslab, von dem Event der Sportart, wo zwei sich gegenseitig Backpfeifen verteilen und Khabib hat aber eine andere Begründung herangehensweise als ich. Ich habe es ja immer wieder abgetan, also für mich keine richtige Leistung in Anführungsstrichen, weil du kannst es nicht verteidigen, du kannst nicht defensiv agieren, du kriegst diesen Klatsch und dabei sterben Gehirnzellen. Ist einfach unglaublich dämlich, so sich Gehirnerschütterungen auszusetzen. Das ist meine, mein Kritikpunkt. Khabib hat einen anderen Kritikpunkt, den ich aber auch verstehen kann. Er sagt, Mann, gibst du einfach keine Backpfeife. Macht man nicht, sagt er, da wo ich herkomme, da kriegst du lieber einen Faustschlag als eine Backpfeife, kann ich auch sehr gut verstehen. Wenn ich selber darüber nachdenke, ob ich georfeigt werden möchte oder doch lieber einen Faustdieb bekomme, ich meine, nehmen wir jetzt mal an, bei jedem Fragletzfight-Video das Beispiel von Francis Ngannou, auch von Francis, ich meine, ich bin in beiden Fällen K.O. Die Demütigung ist für mich immer höher, wenn du eine Backpfeife bekommst, von daher kann ich da Khabib sehr gut verstehen. Macht man nicht. Interessante Randnotiz-Geschichte von Kurt Angle, der hat zweimal einen Vertrag von der UFC angeboten bekommen. Einmal, nachdem er 96 bei den Olympischen Spielen erfolgreich war, dort hat er ein Angebot bekommen für 15.000 Dollar pro Fight, damals war das noch viel Geld, aber er hat gesagt, ich mag kämpfen, aber 15.000 und dafür einen Tritt in den Arsch bekommen, das ist mir zu wenig und beim zweiten Mal, einige Jahre später, da sollte er gegen Kimbo Slives kämpfen, zumindest, weil er ja die Ultimate Fighter-Staffel dabei sein, wo auch Kimbo am Start gewesen ist und er sagt, darüber hat er nachgedacht, weil er hat 500.000 garantiert angeboten bekommen und einen Vertrag in der UFC im Anschluss, egal ob er die Staffel gewinnt oder nicht und Kurt hat sehr lange darüber nachgedacht, aber schlussendlich hat er gesagt, ich habe mir mehrmals den Nacken gebrochen, ich habe viele Verletzungen, ich bin nicht mehr in meiner Prime, das wäre unvernünftig, jetzt zu kämpfen und deswegen sage ich nein, danke. Und zum Abschluss noch was zum Schmunzeln, wer ist der lieblings afrikanische Fighter von John Jones? Francis, Adesanya, Duplessis, alle falsch, das ist der einzig wahre schwarze Fighter, den wir je hatten in der UFC, Mike Perry. Vielleicht nochmal für einige zur Erklärung, was das tat für den Insider, Mike Perry hat ja immer gesagt, er hat so einen Gentest gemacht und da kam raus, er ist 2% schwarz und ja, seitdem hält sich dieser Running Gag sehr, sehr wacker. Damit möchte ich mich von euch verabschieden, vielen Dank fürs Zuschauen, passt auf euch auf, bis demnächst und let's fight. Das ist es.